Hallo und herzlich willkommen hier aus der Tanzschule Elmaier in Wien. Auch im digitalen Zeitalter ist es notwendig, im persönlichen Kontakt gute Umgangsformen an den Tag zu legen. Unter dem Motto Umgangsformen 4.0 möchten wir euch gemeinsam mit Professor Thomas Schäfer-Ellmaier einige Tipps dazu präsentieren. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns ausnehmen. Über welche Themen werden wir heute mehr erfahren? Ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema reden können. Das geht ja da eigentlich nur um Allgemeinwissen bei diesen Regeln und wir wollen heute zunächst einmal den Beginn jedes Treffens besprechen. Das Grüßen, das Begrüßen. Dann auch wie man einer Dame korrekt einen Blumenstrauß überreicht. Vielleicht auch den Handkuss. Dann wie man mit einer ranghöheren Person durch eine Türe geht. Ist auch ein interessantes Thema. Und natürlich auch die Tischmanieren wollen wir besprechen. Herr Professor, danke schön. Wir freuen uns auf die Erklärungen. Die erste Folge sehen Sie am Montag, dem 13. Jänner, hier auf diesem Kanal. Okay, lasst uns wieder einmal. Wir sehen uns mal wieder. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns bei der